Sein Like gefällt nicht jedem. Dem Staatsanwalt Sascha Ott hat das jetzt sogar überraschend seinen Ministerposten gekostet. Eigentlich stand er schon als neuer Justizminister in Mecklenburg-Vorpommern fest, weil er bei islamkritische AfD-Einträge auf Facebook geliked haben soll, davon nun doch nicht an die Spitze. Der Kommunalpolitiker wurde vom CDU-Landesvorstand zurückgezogen. Der 50-jährige Ott hat sein Vorgehen jetzt verteidigt. Er sagte bei dem Landesparteitag in Wittenburg, an dem auch Merkel teilnahm, Die CDU ist nicht mehr das, was sie war. Wir haben den rechten Flügel verloren.